Mit unserer Muttersprache drücken wir unsere Gedanken aus und die Fremdsprachen brauchen wir, um in dieser globalisierten Welt miteinander kommunizieren zu können. Mit LinguaTop lernen Sie rasch, effizient und lustvoll Sprachen oder Sie erweitern bzw. vertiefen Ihre Sprachkompetenzen. Ich bin im letzten Sommer aus Portugal in die Schweiz gekommen. Und lernte 10 Wochen in der LinguaTop Intensivdeutsch. Damit fand ich den Anschluss in einer Hegelklasse. Nicht jeder Mensch lernt gerne. Doch schon ab dem 4. Altersjahr und bis ins hohe Alter haben alle die Chance, in einem entsprechenden Umfeld, wie bei LinguaTop, sich sprachlich weiterzubilden. Und zwar umgeachtet Ihres Alters, Ihrer persönlichen oder beruflichen Situation. Diplome sagen mehr als tausend Worte, denn sie sind Ausdruck einer messbaren Qualifikation, die zum Lernen anspornen. Deshalb bieten wir zahlreiche Vorbereitungskurse für international anerkannte Diplome an. Die individuelle Förderung hat bei LinguaTop einen ganz besonderen Stellenwert. Wir setzen bewusst auf Kleingruppen, denn nur so können die Kursteilnehmenden effektiv miteinander kommunizieren und die Lehrperson kann auf jeden Einzelnen, jede Einzelne besser und gezielter eingehen. Die persönliche Begleitung ist ein weiterer Pluspunkt von LinguaTop. Ich schätze an der LinguaTop, dass man sich meinem Lerntempo anpasst und die grosse Flexibilität, wann die Lektionen stattfinden können. Und die persönliche Sprachlernberatung zeigte mir auf, wie ich effizienter lernen kann. Fremdsprachen öffnen neue Horizonte. So lassen sich Geschäftskontakte effektvoller aufbauen und pflegen, kann man Menschen und Kulturen besser kennenlernen und das Reisen wird zum Spass. Mit Fremdsprachenkenntnissen, die Sie bei LinguaTop erworben haben, besitzen Sie den Schlüssel zur Schweiz und zur ganzen Welt. Wir freuen uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie!